Zehn Arten, wie Menschen auf die Sehbehinderung reagieren Guck mal, da hinten ist ein Eichmännchen auf dem Dach. Siehst du das? Echt? Ne, ich seh das leider nicht. Ähm, ich bin sehbehindert. Du arme! Geht so? Boah ja, du, ich weiss genau wie, dass es ohne Kontaktlinsen und Brille seh ich auch gar nicht. Ja, Kontaktlinsen helfen mir leider nicht mehr. Wie? Du hast keine Brille und keine Kontaktlinsen? Ich glaube. Und ist schlimm? Ne, macht voll Spaß. Ha, der war gut! Geil! Hä? Witzig! Ah, okay. Oh, guck mal, apropos Eichmännchen. Ich hab hier gestern was auf Instagram entdeckt. Guck mal. Hier, guck mal, siehst du das? Wie viele Fingerzeige ich? Guck mal, siehst du? Du bist was? Oha, ey, das ist ja mal richtig beschissen, du armen. Boah, da hat dir das Leben ja mal richtig eine reingehauen. Echt mein Beileid. Aber du kannst mich schon noch verstehen, oder? Nö. Das jetzt aber nicht anstecken, oder? Also nur so aus Interesse. Wenn euch jetzt ein paar der Situationen vielleicht ein bisschen zugespitzt vorkommen, dann sehe ich das absolut genauso. Aber tatsächlich sind das Situationen, die mir auch so im Alltag begegnet sind, also Reaktionen von Personen auf die Situation meiner Sehbehinderung. Ich kann euch gar nicht sagen, was ich persönlich als die richtige Reaktion sehe, weil es wirklich wieder was Situatives ist. Ich persönlich finde es einfach gut, wenn es jemand zu Kenntnis nimmt. Also sowas sagt wie, ah, okay, oder irgendwie in die Richtung, weil dann ist es nicht so wertend. Und auf jeden Fall nochmal ganz, ganz lieben Dank an die, die Lara, dass sie das so tapfer mitgemacht hat und sich da auch in verschiedene, ja, unangenehme Situationen gebracht hat. Wenn ihr noch weitere Videoideen habt oder auch selbst betroffen seid und vielleicht noch Reaktionen kennt, die ich vielleicht irgendwo mal einbringen könnte, bin ich da auch mega gespannt drauf. Also lasst das ruhig in den Kommentaren da. Wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt doch bitte wieder einen Daumen hoch. Wenn ihr auf keinen Fall weitere Videos verpassen wollt, dann abonniert doch bitte meinen Kanal. Da freue ich mich auch immer sehr drüber. Und ansonsten bleibt mir nichts zu sagen. Bis dann. Tschö. Wir können jetzt einfach laufen lassen, oder? Lass laufen. Wir haben uns fast geküsst. Ich zieh mal meine Schuhe auf, die merfen die nicht gerade. Ja, ich bin sie... Jetzt darf ich den! Jetzt darf ich den! Ja, yes! Der war gut. Kannst du mal aufhören zu lachen? Oder so von mir hier seht ihr... Hä, was seht ihr? Hat doch wahrscheinlich einen Busch bei mir. Krass, hab ich auch grad gedacht, oder? Häh? Seh. B-E H-I N-D E A-N Ey da bist du ja richtig... boah da hatte ich dich das Leben ja richtig... Boah da hatte ich das Leben ja mal richtig äh weiß nicht was N hydrated Boah da hatte ich das Leben ja richtig... ALTERD Das ist schwer Bis zum nächsten Mal.